Die Dämpfung ist schon da, sag ich mal. Doch angenehm ist das, muss ich wirklich sagen. Wir mussten nicht aufstehen auf dem Kopfsteinpflaster. Und das ist der SC Core Prime. Wenn Sie möchten, dürfen Sie den gerne mal testfahren. Die Ergonomie bei den SC Core Satellen ist besonders hoch. Das Besondere an dem SC Core ist dieser Kern aus einem speziellen Core Material, das die Stöße optimal abfedert. Dieses Core, was hier in dem Sattel verbaut ist, sorgt dafür, dass man den optimalen Sitzkomfort hat und gleichzeitig seinen Rücken schont. Also ich war angenehm überrascht, er hat sich den Bewegungen angepasst. Wichtig ist bei diesem Sattel und war mein Eindruck, dass man vollflächig vernünftig drauf sitzen kann und für Kopfsteinpflaster geeignet, sehr geeignet. Es passt sich den Hintern an, sag ich mal so, und man merkt das vielleicht auch nicht so am Rücken. Ich bin überrascht von diesem Sattel und kann Ihnen weiterempfehlen. Ich bin überrascht von diesem Sattel und săgek Stark. Ich bin überrascht von diesem Sattel, dass wir in diesem Sattel, die als Sattel und Fuss-Sattel machen, die als Sattel und die Sattel kommen, dass die Sattel bedingen, die natürlicherale abzuhnung sind. Aber das ist etwas, was das Sattel und zu spätestens. Der ist ein Sattel und Sattel mit dem Sattel. Und zwar auch nicht, dass du Fussgeräusch verletzt kannst, Aber das ist das Sattel-Jattel-Jattel-Jattel-Jattel,